Hallo, ähm... Entschuldigung. Nochmal. Du musst mich, glaube ich, einrufen im Zweifel. Ja, ruf dich ein. Und wo schlägst du dann ein? Ja, das sehen wir dann eben. Und warum haben wir kein Script geschrieben? Ja, so alt. Blödsinn. Acht, nein, sieben. Acht. Acht. Gott, acht. Hallo, ich bin die Lena und das ist der Markus. Wir sind vom Slash Film Festival, dem größten Genre Film Festival in Österreich. Und wir sind heute hier, um euch, um eure Unterstützung zu bitten. Es ist so, dass die Finanzierung des Festivals die letzten Jahre nicht so einfach war. Wir gehen heuer in die vierte Runde. Und letztes Jahr hat uns schon so großartig auf Startnext geholfen, dass wir uns gedacht haben, wir versuchen es dieses Jahr wieder. Genau, also wir zählen wieder auf euch, um ein unabhängiges Festival des fantastischen Films zu programmieren, auf die Beine zu kriegen, geile Gäste für euch nach Wien zu holen. Und in diesem Jahr schon bestätigt Joe Dante, der Regisseur unter anderem von Gremlins und circa anderen 15 Zentralmeisterwerken der Filmgeschichte. Der wird heuer bei uns sein. Es gibt aber noch viele, viele andere großartige Österreich-Premieren von Filmen. Und, was man vielleicht nicht so sieht, weil wir sind ja grundsätzlich sehr lässig, aber auch natürlich sehr nett, wenn wir hier irgendwie so im Filmcasino unterwegs sind, das Ganze kostet echt wahnsinnig viel Geld. Die Kopien kosten Geld, der Transport der Kopien kostet Geld. Wir kosten eigentlich auch Geld, nur wir bekommen keins oder ganz wenig. Was uns aber eigentlich nichts macht, weil wir machen das für euch, wenn ihr so großartig seid. Und ich glaube, Lena, jedes Mal, wenn wir irgendwie hier stehen im Filmcasino und einen vollen Saal haben und euch sehen, dann wissen wir sowieso, das Ganze hat sich ausgezahlt. Das heißt, all das Geld, was ihr uns gebt oder nicht gebt, über ein kleines oder großes Paket, das ihr hier unten seht, ihr alle diese Pakete, wir haben uns große Mühe gegeben, sie zusammenzustellen. All das Geld fließt wirklich in die Materialkosten des Festivals, in die Miete dieses wunderbaren Kinos, in dem wir gerade hier auch sitzen, dem Filmcasino, in die Gästekosten und so weiter und so fort. Das heißt, ihr baut letzten Endes das Festival mit und wir hoffen nach wie vor natürlich auch im vierten Jahr, dass wir auch ein Festival bauen, das ihr großartig und geil findet und zu dem ihr gerne kommt. Insofern danken wir euch natürlich jetzt schon mal einerseits, dass ihr auf diese Seite gekommen seid. Und wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, wir sind jetzt hier ein bisschen verwirrt und reden vielleicht ein bisschen Blödsinn auch, hier unten haben wir alle unsere Gedanken recht luzide und auch sehr logisch formuliert. Da könnt ihr nochmal nachlesen, warum wir eure Unterstützung wirklich brauchen, wenn es uns in den nächsten 5, 10, 15 Jahren immer noch geben soll. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf ein unabhängiges Festival des fantastischen Films, genauso wie wir die letzten drei Jahre waren und wie wir natürlich auch jetzt im vierten Jahr wieder sein werden. Das heißt, die Lena und ich, wir überleben mit euch, das ganze Team und das ganze Festival überlebt mit euch, ihr habt unser Leben in der Hand sozusagen. Also bitte, 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 gebt ein bisschen was und wir sehen uns dann vom 19. bis 29. September hier im Film Casino und dann umarmen wir euch alle, wenn wir euch finden, wenn wir euch irgendwie erwischen. Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt. Ja. Danke. 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 Vielen Dank.